Hallo Günther, schön dich hier zu sehen. Wir haben uns verabredet zu einem Talk über deine fristlose Kündigung aus dem Berliner Schuldienst und sowas ist mir ja auch passiert. Das wollen wir auch mal ein bisschen näher beleuchten, wie denn sowas kommen kann und was denn bei dir vorgefallen ist. Ja gut, der Fall hat sich im August 2021 ereignet. Ich habe eine E-Mail ans Kollegium geschrieben, der Gemeinschaftsschule Hanna Höch und darin habe ich gesagt, dass ich nicht bereit bin, in der Grundstufe der Gemeinschaftsschule zu arbeiten und ich habe dieser E-Mail ein ausführliches Protokoll angehängt, also unter der E-Mail stand das, worin ich zwölfmal gesagt habe, dass ich nicht bereit bin, in der Grundstufe der Gemeinschaftsschule zu arbeiten, im Gespräch mit der Schulleiterin Viola Risto. Ich meine, in Berlin sind so viele Lehrer, da kann das doch nicht sein, dass man wegen so einer Aussage dann einfach fristlos aus der Schule befördert wird, oder? Da könnte das doch, wäre doch viel näher liegender, dass man, oder naheliegender, dass du dann an einem Gymnasium arbeiten könntest. Nein, ich wurde ja gar nicht fristlos gekündigt, damit kam ja nichts mehr in Frage. Ich bin dann vor das Arbeitsgericht gezogen und war im Prozess jetzt über anderthalb Jahre. Du warst ja da bei der Urteilsverkündung im Mai und das hat sich dann hingezogen, wie viele Monate, 17 Monate. Siehst du da irgendwie das Thema dahinter, dass das so lange dauert? Ich meine, sowas könnte man doch eigentlich gleich als Staatsanwalt vom Tisch wischen und sagen, der Staat hat Interesse. Staatsanwalt hat ja nichts zu tun, da sind Zivilverfahren, da sind nur Privatanwälte und man könnte das natürlich schneller machen, aber der Senat hat ja kein Interesse, das schnell zu machen, also wollte er so in die Länge ziehen und die Gerichte spielen mit und ich habe ein halbes Jahr gewartet auf meinen Termin in der ersten Instanz und dann hat das noch über ein Jahr gedauert, bis dann die Urteilsverkündung war in der zweiten Instanz. Hat aber Corona irgendwie eine Rolle gespielt? Nein, diesmal war es nicht aus Rede, Corona hat keine Rolle gespielt, aber angeblich war der, in der zweiten Instanz war der Richter angeblich zuerst krank, dann wurde es verschoben aus einem Grund der Kammer, die Kammer musste tagen und ja, der Dritte hat dann stattgefunden. Also ich sollte eigentlich im Januar schon das Urteil am 20. Januar bekommen, habe ich es am 12. Mai und ja, das geht eigentlich auch nicht, das ist nicht der Rechtsstaat, würde ich sagen, eine Urteilsverkündung vier Monate hinzuziehen, wo eigentlich nur gesagt werden muss, was der Fall ist, das wurde ja schon entschieden und das zieht man aus nichtigen, veranscheidigen Gründen in die Länge, das ist nicht möglich. Woher kommen deiner Meinung nach diese Vorgaben, wie kann man die Gerichte auf die Art und Weise einbinden? Das sind doch Arbeitsgerichte, die müssten doch in einer ordentlichen Gewaltenteilung wirklich einen eigenen Kopf haben und arbeitsrechtlich entscheiden und nicht entsprechend den Vorstellungen der Senatsverwaltung. In der Theorie ja, aber da war zum Beispiel in der ersten Instanz eine ehrenamtliche Richterin, die war Personalrätin im Bezirk Mitte, hat auch gesagt, dass sie es war und aufgehört hat und nach einer Recherche, also ich habe dann zugestimmt, dass sie eine weitere Richterin sein kann in meinem Fall, da muss sie ja zustimmen, unter der Bedingung, dass sie aufgehört hat, aber sie hatte nicht aufgehört, sie war im Sabbatjahr, wie ich nach einer kleinen Recherche im Internet herausgefunden habe und das habe ich auch dem Gericht mitgeteilt und das war für die nicht von Interesse, das passiert dann einfach mal, der Richter hat auch keine Verantwortung und bla bla und ich habe das auch alles online gestellt auf meinen Twitter-Account. Seit Januar, seit das Urteil nicht verkündet wurde, habe ich angefangen, immer wieder die Schriftstücke jetzt auf Twitter zu stellen und auch auf bürgerredaktion.de. Da ist auch nie was gelöscht worden? Gelöscht. Sein Twitter, die haben ja ein bisschen basiert manchmal. Ja, genau, da komme ich auch drauf, das steht auch nicht, auch auf Twitter. Das erste Mal, als ich versucht habe zu posten, das war kurz nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat, wurde es sofort gelöscht, weil das ja die alte Mannschaft da war, die quasi jede Löschanfrage mit Ja beantwortet und wahrscheinlich kam das vom Senat, die Löschanfrage, weil ich die ja mit in Ad gesetzt habe. Aber das ist jetzt nicht offiziell, dass sie sowas machen können. Aber die waren informiert, also wer soll das sonst machen, die Presse wird ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, löscht das jetzt. Ich habe auch den Verdammt, dass es da irgendwelche Einheiten gibt, die... Aber die wurden ja kurz danach gefeuert, auch noch im selben Monat, im Dezember, wurden dann alle in der Löschmannschaft von Twitter gefeuert in Deutschland und danach ging es dann alles zu posten, was man will. Okay. Und daher habe ich dann auch alles, ich habe sogar die Mail an Elon Musk gepostet auf Twitter, wo ich mich beschwert habe, dass das ja ein Schwindel sei, was er da veranstaltet, in Deutschland werde weiter gelöscht. Und er hat auch was unternommen, also Respekt für Elon Musk. Und daher kann man das jetzt alles auf Twitter nachlesen. Ich werde dir auch sehr dankbar, wenn du das jetzt einblendest für die Zuschauer. Ja, also dein Twitter-Kanal, dass man da mal nachschauen kann. Ja, der heißt gorent999 und man sollte sich die Timeline anschauen, also nicht nur das, was ich zuletzt gepostet habe, sondern was ich insgesamt gepostet habe. Das sind knapp 30 Posts. Und ich werde auch sehr dankbar, wenn du das einblendest für alle. Und da kann man alles nachlesen, was gelaufen ist, was ich seit Januar gepostet habe. Ich habe den Kanal seit Januar. Ja, du weißt natürlich, die Leute, die haben wenig Zeit, die wollen immer nur Wischi-Wischi machen auf ihren Social-Media-Accounts, alles weg in drei Minuten. Ich glaube, weil wir jetzt in der Sonne sitzen, haben wir eine bessere Chance. Also es gibt da noch eine ausführliche Version auf bürgerredaktion.de, da kann man nicht nur die Schriftstücke sehen, sondern auch, was ich dazu geschrieben habe. Was ist das für eine URL? Bürgerredaktion.de ist halt für Bürgerbeschwerden und die stellen alles online, was man so mit Ämtern oder Gerichten zu schaffen hat. Und da kann man sehr vieles ausführlich nachlesen. Also unter anderem, dass diese ehrenamtliche Richterin akzeptiert wurde. Und in der zweiten Instanz wusste der Richter Bescheid, dass in der ersten Instanz nicht alles rechtsstaatlich gelaufen ist, also dass sie befangen war und das hat keine Rolle gespielt. Der Richter wurde eben von der Gegenseite informiert, dem Anwalt des Senats, Andreas Nie. Also die wissen Bescheid und akzeptieren das auch alles so. Ja, so rechtstaatliche, grundlegende Konzepte wie Befangenheit scheinen nichts mehr zu gelten. Also ich weiß da auch nicht mehr, was für einen Sinn es hat, vor ein Gericht zu ziehen. Welche Unterstellungen haben sie dir denn da so entgegengeworfen, wo du sagst, da gehe ich jetzt überhaupt nicht mit, das hat ja überhaupt nichts mit mir zu tun. Gibt es da sowas? Oder ist das jetzt einfach nur reine Willkür, zack, peng, weg? Naja, die haben ja behauptet, dass das Protokoll auf einer Aufnahme beruht. Also das habe ich bestritten und die konnten es auch nicht nachweisen. Aber trotzdem folgte das Urteil, dass der Senat recht hat, weil ich das angehängt habe. Das hätte ich nicht tun dürfen, also dieses Protokoll anhängen. Wo ist so ein Problem, ein Protokoll anzuhängen? Ja, das hätte die Schulleiterin bloßgestellt, ihre Kompetenz in Frage gestellt. Ja, wenn sie das gesagt hat, das ist doch nicht mein Problem, würde ich sagen. Also das wollen wir mal ganz klarstellen hier, so als ausgebildete Lehrer. Die Kompetenzen der Senatsverwaltung sind fragwürdig in jeder Hinsicht, weil die Leute, die dort arbeiten, oftmals gar nicht über die Kompetenzen verfügen, die wir haben. Also das kann man einfach mal so in den Raum stellen, denke ich. Völlig ungestraft und das wird auch nicht gelöscht. Es ist eine politische Institution. Also für mich stehen in Politik immer Infrastruktur, Bildung und Soziales als drei Grundpfeiler da. Und Bildung ist ein ganz wichtiger Pfeiler. Und wir brauchen in Berlin Lehrer. Wir sind zwei Lehrer allein, die eben mal so aufgrund von irgendwelchen Ideen dieser Schulverwaltung rausbefördert wurden. Auf der anderen Seite wird eine Riesenpropaganda betrieben. Ach, kommt doch alle in den Berliner Schuldienst. Wir brauchen Lehrer. Aber man sieht, was daraus wird, weil wir dürfen noch nicht einmal den Wunsch äußern, entsprechend unserer Qualifikationen eingesetzt zu werden. Wie Günther hier zum Beispiel, der jetzt einfach nur an ein Gymnasium wollte, als Gymnasialer. Es hätte mir schon gereicht, wenn ich nicht an der Grundschule arbeite. Ich habe mich ja einverstanden erklärt, an der Mittelstufe zu arbeiten, jeder Schulform, weil ich das kann auch von der Ausbildung her. Das sind ja nur andere Schüler, der Stoff ist ja eher weniger. Und das ist ein bisschen eine andere pädagogische Antwort. Aber da habe ich ja zugestimmt. Aber ich habe nicht weiter zugestimmt, dass ich jetzt noch in die Grundstufe weitergereicht werde. Also das ist so ein Weiterreichungsprozess, der da stattfindet. Und dann wird, wenn man ganz unten angekommen ist, wird der einfach weggeworfen, der Lehrer, wie uns das passiert ist. Hast du Hoffnung, dass sich jetzt mit der neuen Schulsenatorin irgendetwas ändern könnte? Also aus meiner Erfahrung eigentlich nicht. Das heißt, die Politik dort in dem Laden wird von den Leuten bestimmt, die da feste Jobs haben und die einfach die Papiere schreiben. Das wissen ja die wenigsten, dass die Politik sehr wenig zu bestimmen hat. Sie wird jetzt neue politische Beamte da einsetzen. Also den Staatssekretär wird sie jetzt ersetzen durch ihren eigenen CDU-Mann. Und das war es. Der restliche Laden bleibt bestehen. Warum werden die sich jetzt um 180 Grad wenden? Ich weiß es nicht. Naja, so manche Dinge, ich sag mal, wenn die Arneologen unsere Skelette in ein paar hundert Jahren ausgräbt, falls die noch existieren, wird man feststellen, dass man mit Mühe und Not Männlein und Weiblein unterscheiden kann, aber keine 60 Geschlechter und all so ein Quatsch. Im Tierreich gibt es die angeblich ja auch nicht, oder? Arbeiten wir gerade dran, den Biologieunterricht jetzt zu verändern in der Hinsicht, dass Tiere auch irgendwie eine Befindlichkeit haben von zig Geschlechtern. Also es wird uns ja gesellschaftlich wirklich jede Menge Unsinn verkauft, die jemand, der gerne auf Basis von Fakten arbeiten möchte in der Schule, diese Leute, die haben damit einfach ein Problem. Ja, man kann sich auch nicht auf Regeln oder Gesetze berufen, wie du gesehen hast, denn da stößt man oft auch auf Granit, weil der Senat es immer besser weiß im Endeffekt. Ja, die wissen ja nichts. Aber sie wissen alles besser. Genau, sie wissen alles besser, obwohl, muss ich sagen, in meinem Fall zum Beispiel, es haben ja nie sachliche Gespräche zu irgendwelchen Fakten stattgefunden, die ich mal in die Klasse hineingesagt habe und die ihnen missfallen haben. Da gibt es ja zig Sachen, die man da zum Klimawandel sagen kann, um mal drüber nachzudenken. Die Schule soll ja zum Nachdenken anregen. Und dieses Video machen wir auch zum Nachdenken, weil es kann nicht sein, dass ausgebildete Lehrer hier spazieren gehen, während in die Schule Leute hineinkommen, die gar keine Ausbildung haben, die sie eigentlich dafür befähigt, Kinder zu unterrichten. Es kann auch nicht sein, dass die nächste Generation auf irgendeine Art und Weise politisch geprägt werden soll in der Schule, finde ich. Schule könnte eigentlich ein relativ politikfreier Raum sein, wo man spielerisch ins Leben geführt wird, wo man wirklich auch natürlich Gefahren auch sehen muss als Person. Ich meine, das wissen wir selbst als Jungs, wenn wir in der Schule da klein sind, vielleicht noch erste bis vierte Klasse, da sind die anderen manchmal ganz schön hart drauf und Lehrer kümmern sich da schon gar nicht. Deswegen denke ich, auch Sozialpädagogen haben ja ein ganz anderes Profil und Grundschullehrer als Gymnasiallehrer. Genau, es sind auch unterschiedliche Typen, also ein Grundschullehrer ist vom Typ erstmal eine andere Person als ein Gymnasiallehrer, würde ich sagen. Wir haben viel mehr Inhalte im Studium gehabt und sie haben viel mehr Pädagogik gelernt und brauchst da viel mehr Pädagogik und Psychologie für Grundschulkinder und also ich habe mich nie geeignet gefühlt für einen Grundschullehrer und ich wollte es auch nicht versuchen, das hat die Schulleiter im Gespräch immer wieder angedeutet, ich soll es doch mal versuchen und ich wollte einfach nicht, aber es soll angeblich an der Gemeinschaftsschule so Usus sein, dass man übereingesetzt werden darf, ohne dass jetzt der Schulgesetz da eine Rolle spielt, weil sie ja die Beweisungsbefugnis haben, die legen das Gesetz halt so aus. Die GEW hat zugestimmt, deshalb geht das ja, GEW ist mit im Boot. Kannst du mal irgendwie andeuten, woher das kommt mit dieser Gemeinschaftsschule, weil das ist mir gar nicht so präsent als Berufsschullehrer, dass sowas überhaupt gibt, was jetzt noch hinausgeht, darüber hinausgeht. Das ist ja euer Vorfeld sozusagen, bevor die Schüler an eine Berufsschule kommen. Ja, also das kommt von den Sozialdemokraten und Grünen, die pushen das, also das gibt es in Baden-Württemberg zum Beispiel jetzt ganz viele Gemeinschaftsschulen, das ist ja die neue Hauptschule sozusagen, also der Schultyp, der am meisten vertreten wird dort, glaube ich inzwischen. Ja, und aus dem Grünen und SPD-Lager hauptsächlich kommen die Ideen und das ist halt eine Steigerung der Gesamtschule von früher. Also, ich sehe da ein Riesenproblem drin, dass man von oben zentral regeln möchte, wie die Schulen alle zu funktionieren haben. Ich habe ja mit Kollegen schon gesprochen, noch bevor ich entlassen wurde, die eigentlich so Schule organisiert sein müsste und mein Vorschlag ging eigentlich eher in die Richtung, Mensch, wir haben doch eigentlich alles hier, was wir brauchen. Wir haben gute Lehrer, wir haben tolle Schüler, wir haben Millionen von Ideen und jetzt kommt die Schulverwaltung und hat da irgendwelche Ansprüche. Wäre viel besser, wenn die uns in Ruhe lassen, wenn wir unseren jährlichen Etat hätten und dann einfach unser eigenes Profil finden und dann loslegen. Also, die Grundidee ist dann an der Gemeinschaftsschule das jahrgangsübergreifende Lernen, dass es was neu hinzukommt gegenüber der Gesamtschule. Ja, weil es ist ja nicht wirklich so schwierig, ne? Ja, früher hat man das notgedrungen auf Dorfschulen gemacht, weil einfach nicht genug Lehrer da waren und das wird jetzt als Heizrezept für Integration und so weiter und was alles jetzt auf der politischen Agenda von links steht. Es ist natürlich klar, dass das die Schulzeit verlängert, oder? Ja, klar. Also, da werden jetzt einige Leute aufschreien und sagen, nein, verkürzt, okay, also ich oute mich, ja, ich bin in einer Dorfschule erzogen worden und ich hatte ein Jahr Rückstand, als ich aufs Gymnasium kam und das musste ich erstmal mühsamst aufholen und ich bin tatsächlich der einzige Dörflein in dieser Klasse damals gewesen, der das überstanden hat, diese Tortur gegenüber den Städtern. Kein pädagogisches Konzept, sondern aus der Not geboren, weil einfach nicht genug Lehrer da waren, um verschiedene Klassen in der Dorfschule zu unterbringen, das weißt du selbst wahrscheinlich. Ja, natürlich. Die Klassen waren ja auch viel kleiner, das heißt, du musstest schon zwei Klassen zusammenlegen, um deine 20 Kinder da Beute zu haben. Das war der Grund, das war kein pädagogisches Konzept, das wird uns heute als pädagogisches Konzept verkauft, ohne Not so unterschiedliche Schüler dann zusammenzustecken. Du lässt den Finger in die Runde, das geht alles in Richtung Kosteneffizienz. So ungefähr, ja. Wie stelle ich industriell möglichst easy, gefügsame Erwachsene her, die dann überall einsetzbar sind, entsprechend ihrer aufgestempelten Qualifikationen. Wenn wir heute sehen, was aus den damaligen Einseilen geworden ist, meines Jahrgangs, dann sind das heute die gehorsamen Ärzte, die alles mitgemacht haben während der Corona-Pandemie. Die waren auch damals schon gehorsam, die haben nämlich alles gemacht, was die Lehrer sagten. Das hat gut funktioniert. Also wenn da irgendwie ein Plan dahinter steckte, Gratulation, wunderbar umgesetzt, hat funktioniert. Großartig, ja. Naja, was meinst du, was wir jetzt zu deinem Fall nochmal beleuchten müssen? Vielleicht, was hast du denn jetzt vor? Wie geht es denn jetzt weiter? Ich meine, das ändert ja nichts an deiner Qualifikation. Du hast etwas studiert, was gefragt ist. Wirst du in einem anderen Bundesland dann als Gymnasiallehrer arbeiten? Das wird ja schwierig, weil mir jetzt das Arbeitszeugnis fehlt, sozusagen. Ich habe noch kein Arbeitszeugnis und ich weiß es noch nicht, wie es weitergeht, ehrlich gesagt. Ich werde versuchen, den Fall publik zu machen, ein bisschen, weil ich finde, dass diese Regelbeugung oder Rechtsbeugung einfach nicht geht und die Öffentlichkeit sollte davon erfahren, das ist auch meine Hauptintention, hier mit dir ein Interview zu führen. Kennst du weitere Fälle, denen so ergangen ist wie dir und mir? Leider nicht, weil das ja nicht an die Medien geht. Also ich habe versucht, auch Medien einzuschalten. Keiner hat sich gemeldet, die interessiert das einfach nicht. Wenn der Senat beteiligt ist, dann existiert das für die Medien nicht. Also kenne ich keinen anderen Fall, weil das ja unterdrückt wird quasi. Da müsste jemand über alternative Medien quasi sich dann... Ja, da Telegram-Gruppen, wo man sich so zusammen tut. Ja, bemerkbar machen. Du hast es ja geschafft über alternative Medien. Also anders erfährt man ja nicht davon. Ja, das ist zum Beispiel jetzt auch so ein Thema. Wie geht man um mit dem, was uns jetzt so in dieser Gesellschaft widerfährt? Und ich denke, wir haben jetzt hier zwei Beispiele vor der Kamera. Ich bin sehr offensiv immer mit jedem Kleinkram in die Medien gegangen. Und du hast versucht, das über den Rechtsweg möglichst auszuschöpfen. Ja, ich habe dann auch Twitter eingeschaltet, als es zu bunt wurde, meine Urteilsverkündung dann hinausgeschoben wurde unter einem fadenscheinigen Vorwand. Da warst du schon in der Berufung, ne? Ja, da war ich schon in der zweiten Instanz wichtig. Und dann habe ich gesagt, das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten. Das geht an die Öffentlichkeit, alles. Und seitdem, fast wöchentlich, gehen da E-Mails raus an eine sehr große Menge von Empfängern. Ja, es gibt manchmal auch Leute, die schreiben mir dann irgendwie eine Nachricht und sagen, kannst du nicht mal über deinen großen Presseverteiler dies und das und jenes an die Presse geben? Kann ich einfach nur sagen, es gibt bei mir keinen großen Presseverteiler, weil ich das wahrscheinlich ähnlich wie du genau den Personen zustelle, für die das eigentlich Relevanz hat. Weil man weiß ja selbst, wie man reagiert auf irgendwelche Mails, die da angeflogen kommen, die auf CC sind. Die liest man manchmal, aber noch nicht mal das. Ja, es gibt auch manchmal Überraschungen. Man weiß ja gar nicht, wie die Leute wirklich ticken, denn jeder sagt ja was anderes, als was er wirklich denkt. Es gibt ja das Öffentliche sprechen und das Private. Das kennen wir von früher aus der DDR. Also man sagt in der Öffentlichkeit immer was anderes, als man privat sagt. Ich merke ja jetzt auch, wo mein alter YouTube-Kanal wieder da ist. Die erste Ansage, die ich da gemacht habe, ist quasi, ich werde hier nicht mehr alles sagen. Dann sagen meine Zuschauer bestimmt, was? Da knickt jetzt auch noch ein, der sagt nicht mehr alles? Mein Gott, also Leute, ich habe zig andere Kanäle inzwischen. Odyssey, BitChute, Rumble. Ich würde dir Twitter empfehlen. Da kannst du jetzt lange Videos posten und die zensieren wirklich gar nichts. Zu Twitter haben sie es tatsächlich geschafft, mir so ein Shadowban da zu verpassen, dass ich wirklich konstant meine 14 User gehalten habe über die Jahre. Es ist keiner hinzugekommen. Wann hast du denn zuletzt gepostet? Ich mache das so alle Woche mal. Und du hast noch ein Shadowban, sicher? Ich denke schon. Aber ich habe es jetzt auch bei TikTok erlebt, tatsächlich. Die schaffen es tatsächlich, Videos so runter zu bannen, dass man null Views kriegt. Ich habe mal gelesen, dass Twitter kein Shadowban hat. Das scheint ja nicht zu stimmen, aber egal. Nee, also ich glaube, die sind alle tatsächlich sehr ähnlich organisiert. Das nimmt sich alles überhaupt nichts. Und auch die neuen Kanäle, die eben hinzukommen, die müssen sich auf jeden Fall an geltende Gesetze halten. Und damit werden sie dann so nach und nach eingefangen. Und dann sagt man ihnen, naja, aber jetzt hier das Thema, da müsst ihr doch jetzt einsehen, das kann man nicht hier so, ne? Ja, das sind ja auch horrende Strafen, die vorgesehen sind. Wer sich in die DSGVO hält, also die Datenschutz- und Verordnung, bekommt dann Zehntausende Euro Strafen, Hunderttausende oder so weiter. Ja, das klingt alles so irre, ne? Aber es ist natürlich klar, dass man relativ einfach, wenn man die Regeln kennt, natürlich auch mit bekannten Leuten sich vor eine Kamera stellen kann und mal was sagen darf, auf jeden Fall. Und ich kann es den Leuten auch nur sagen, mach das jetzt, wo es noch geht. Weil wir laufen in hier eine knallharte Zensur rein. Das, was wir jetzt hier sehen, sind nur die Anfänge. Und es gibt immer noch Leute, die streiten es ab, dass es überhaupt stattgefunden hat. Dabei sieht man jetzt an meinem alten YouTube-Kanal, der jetzt wieder online ist, ich habe immer in den Beschreibungen zu meinen alten Videos so 30 Videos reingepackt, die es auch noch auf YouTube gab, mit interessanten Inhalten. Ich glaube, zwei Drittel dieser Videos existieren heute nicht mehr. Also es ist tatsächlich so, dass viel von dem, was passiert ist in den letzten drei Jahren, ist der Öffentlichkeit einfach nicht bekannt. Das ist wahr, ja. Und deshalb sind ja alternative Medien sehr wichtig. Und ich finde auch, dass die immer mehr die alten Medien ergänzen und auch ein Korrektiv sind, wie diese Seite heißt. Ich bin ja auch tatsächlich jetzt eher auf dem Trip zu sagen, so ein richtiges Partisan-Netzwerk von Medien, das ist genau das Richtige, was wir brauchen. Das heißt, jeder macht selbst Medien, ohne Titel, ohne irgendwie zu sagen, ich bin die Organisation, bla bla bla. Das kann man nicht unterwandern. Das ist eine Möglichkeit, wirklich seine Meinung zu sagen, haut sie raus. Die NSA kennt sie sowieso. Die belauschen euch schon zehn Jahre und mehr. Strengt euch nicht an. Das wird wahrscheinlich auch mitgehört. Das wird wahrscheinlich jetzt mitgehört. Also legen wir es schon mal auf den Tisch, damit sie mitfährt. Können sie. Weil die wissen ja sowieso alles über uns. Und das ist der größte Schritt für die Woche. Wir haben nichts zu verbergen. Wir haben nichts zu verbergen. Ich habe noch nicht mal zu verbergen, dass ich Tor-Netzwerke nicht benutze, weil ich das einfach für geheimdienstliche Installationen halte, sogenannte Honeypots, die genau dazu da sind, um die Jungs einzusammeln, die die Hose voll haben, die Angst haben vor diesen Big Boys, die da hinter den Kulissen die Fäden ziehen. Und ich sage, Leute, das braucht ihr nicht zu haben, wir sind viel mehr. Was meinst du zur Bildung? Wie geht es da weiter? Jetzt sind natürlich die ganzen rausgeschmissenen Lehrer und die, die es bis hier gestanden hat, die jetzt irgendwie alternativ in Brandenburg sitzen mit ihrem Selbstversorgerhof und so. Und immer noch denken, jetzt müsst ihr eigentlich ein bisschen Bildung machen. Wie werden die jetzt weitermachen? Wie werden die in Zukunft finanziert? Werden die Erfolg haben? Ist das eine Möglichkeit, so vorzugehen, da voranzukommen? Ich weiß es nicht. Schwierig, ne? Ich kann es nicht sagen. Das ist extrem schwierig, weil ich kriege ja auch so Anrufe, dann willst du hier nicht mitmachen, freie Schule, ein Buch, hier ist ja nicht weit weg von dir. Aber dann merke ich schon nach drei Fragen, da sind viele Sachen noch wirklich ungeklärt. Und es ist auch immer mit der Forderung nach viel Idealismus verbunden. Es ist die Frage, wie lange bleibt man Idealist? Ein Jahr, zehn Jahre, schafft man es das ganze Leben lang? Also ich behaupte mal, die meisten Leute schaffen es nicht auf Dauer, weil es eben sehr anstrengend ist. Ja. Nun gut. Das ist wahr. Auf der anderen Seite, wenn man dann guckt, wohin geht der Trend in der Schule? Dann haben wir ja schon einen kleinen Vorgeschmack bei Corona bekommen, wo dann die großen Firmen sagten, ihr müsst jetzt alle Videokonferenzen machen. Wo ich mich dann auch gefragt habe, warum denn überhaupt? Die Kiddies, die haben sowieso ihr Discord da auf ihrem Handy. Und dann kann ich auch sagen, administriert euren eigenen Discord-Server. Wir quatschen da drüber. Wir machen mal ein Spielchen zusammen. Und dann machen wir dazu ein bisschen Mathe. Und dann lesen wir die englische Bedienungsanleitung. Und so weiter und so fort. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Weg für Kreative, wie man viel lernen kann. Ich habe es ja bei meinen Jungs gesehen. Die haben eben früher sehr engagiert Computerspiele gemacht. Und wenn ein neues irgendwo rauskam, die haben sich dann gleich die englische Version gegriffen. Weil die nicht zensiert sind. Ruck zuck konnten die Englisch. Nee, einfach weil die früher draußen waren. Okay. Und man braucht eine Motivation. Wie habe ich Englisch gelernt? Ich habe die ersten Jahre mal nur Fünfen gehabt, bis ich die Beatles entdeckt habe und das Gitarre spielen. Da habe ich einmal das Beatles-Songbook durchgespielt und danach konnte ich Englisch. Ich habe mal zwei im Abi gehabt, fertig. So einfach ist das. Und wenn dann diese ganzen Schulverwaltenden da kommen und uns Vorschriften machen wollen, wie wir uns auch zu unterrichten haben, kann ich einfach nur sagen, frag doch mal vorher bei uns, wie das geht. Ja, und bei Gymnasiallehrern zum Beispiel. Ja, es war auch so, dass an meiner Schule, ich glaube, ein Drittel der Grundschullehrer, eigentlich Gymnasiallehrer waren, die sich alle breitschlagen haben lassen. Ja, das ist ein Fakt. Wahrscheinlich ist das an allen Gemeinschaftsruhen ähnlich. Oder geht es denen gut? Ja, das waren ja zwei getrennte Gebäude. Ich kann dir gar nicht sagen, was da wirklich abging. An der Unterstufe, da war ja auch meine Schulleiterin, die hatte ihre Büro in der Unterstufe, die war quasi Grundschulleiterin. Und wir waren so ein Anhängsel, ein anderes Gebäude, wo dann die Klassen sieben bis zehn drin waren. Und ja, das ist halt einfach seltsam alles. Tja, dann sind wir soweit durch, wa? Ich glaube, ja. Wollen wir auch kein zweites Teil machen? Haben wir gleich alles mit erledigt, oder? Also, wenn du noch Fragen hast, kannst du dich stellen. Also, für mich gibt es eigentlich nichts mehr zu erwähnen. Ja, ich denke auch, ich würde eher so Hausaufgaben mitgeben, für die da draußen, die uns jetzt tatsächlich zugehört haben. Und zwar über alles, was wir bisher über Bildung gedacht haben, nochmal nachzudenken. Ob das so richtig war und wie wir das in Zukunft machen wollen. Weil es gibt jetzt ganz viele verschiedene Vorstellungen davon. Und denen jetzt eine gemeinsame Vorstellung des Staates überzustülpen, halte ich persönlich für falsch. Also, wenn man subsidiarisch arbeiten möchte, Schule von unten machen, dann heißt das natürlich auch, dass die verschiedenen Regionen ich sage absichtlich jetzt mal Regionen und nicht Länder oder Nationen oder sowas, sondern Regionen einfach, verschiedene Vorstellungen davon haben, wie zu unterrichten ist. Weil im Weinbaugebiet sind andere Beispiele nötig, um Mathe beizubringen, als in einer Industriestadt oder, was weiß ich, in einem Naturgebiet, wo es noch Förster gibt und Tiere, die man morgens beobachten kann. Das läuft alles völlig auseinander. Das war immer schon so. Und jetzt zu glauben, man könnte staatlicherseits alles in einen Topf schmeißen und alles gleich machen, das funktioniert nicht. Meine Meinung, es gibt Leute, die denken das anders. Ich bin gerne bereit, mich mit an den Tisch zu setzen und mit diesen Leuten zu sprechen, aber öffentlich, transparent und wir wollen eine vernünftige Planung für die Zukunft haben. Genau. Transparenz ist sehr wichtig, denn das wird verhindert, systematisch. Genau. Dann wäre das alles nicht möglich, wenn es Transparenz wirklich gäbe, denn wir sollen transparent als Bürger sein. Der Staat soll aber dicht halten. Genau. Also dieses ist ein Beitrag aus dem Partisanen-Netzwerk der neuen Medien. Und so werden wir weiterarbeiten. Da kann keiner was gegen tun. Ihr könnt unterwandern, was ihr wollt, uns nicht. War das ein schönes Schlusswort? Sehr schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.